Hallo Freunde und herzlich willkommen bei einer kleinen Infofolge. Ich muss mich ganz groß entschuldigen bei euch, das LPT ist schief gegangen. Also das LPT, wir hatten das LPT aufgenommen, wir hatten eine Stunde Komplettaufnahme. Wir waren sechs Leute insgesamt, es war richtig geil gewesen, wir hatten richtig viel gemacht, wir haben eine neue Höhle erforscht, alles drum und dran. Das Problem ist, die Elgato ist beim Schneiden abgekackt und hat automatisch alles gelöscht, was sich drauf hatte. Die drei Folgen, die wir aufgenommen haben, sind verschwunden, sind weg auf einmal gewesen. Die Elgato stand einfach nur Programmfehler, Programm musste geschlossen werden und es war alles weg. Ich ärgere mich natürlich gerade zu Tode, ich bin hier kurz vorm Ausrasten. Ich versuche gerade ein Recovery-Tool irgendwie durchlaufen zu lassen, dass es irgendwie gerettet wird. Steht momentan zwölf Stunden da zum Besuchen und das Einzige, was jetzt gerettet werden konnte, waren die Bilder, die ich da gemacht habe. Ich bin gerade irgendwie kurz vorm Platzen und es war einfach nur eine richtig geile LPT-Folge. Tut mir echt ganz, ganz doll leid, dass ihr nicht zu sehen wart. Wir werden das höchstwahrscheinlich mal wiederholen. Ich lade die gleichen Leute, wenn ihr Zeit habt, Sonntag nochmal einladen, damit wir das nochmal machen können. Tut mir ganz, ganz dolle leid. Ich kann jetzt dafür das Programm jedes Mal beim Schneiden stürzt es ab, aber diesmal hat es automatisch irgendwie kurioserweise die Videos gelöscht. Und ich versuche die Daten noch zu retten, aber ich sehe momentan leider schwarz. Ich bedanke mich natürlich an alle, die dabei waren und ich versuche es noch dran was zu rütteln. Morgen muss ich leider komplett durcharbeiten, deswegen kann ich euch nicht versprechen, dass Samstag und Sonntag Minecraft-Folgen kommen. Ich habe momentan echt einen Haufen zu tun und naja, mal gucken. Aber es wird weitergehen, keine Sorge, es werden Video-Videos kommen und ich werde auch versuchen, alle wieder einzuladen, dass immer wieder neue Leute dabei sind. Ich habe auch gelesen, viele schreiben mir gleich wieder Nachrichten, kann ich kommen, kann ich mitmachen. Das ist wirklich Zufall, dass ich wenig einlade, niemand braucht immer schreiben, ja kann ich mitmachen. Ihr werdet eingeladen, wenn ihr in den Minecraft-Menüs dann seid. Ich versuche es jetzt noch zu retten, ich versuche jetzt die 16 Stunden dran noch zu arbeiten. Wenn es nicht kommt, es tut mir ganz, 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 ganz dolle leid. Ich bin auch total traurig eigentlich, dass es gerade nicht so geklappt hat, wie ich das haben wollte. Ich setze mich noch ran, das zur Infofolge. Ich hoffe, ihr deabonniert mich nicht gleich oder sagt, ja, du bist scheiße, buff, ich bin raus. Ich versuche es nochmal, am Sonntag nochmal die gleichen Leute, wenn ihr natürlich Zeit habt. Uhrzeitmäßig werde ich es so auch wieder 17 Uhr einrichten. Mal gucken, ob es klappt. Ich bin natürlich jetzt gerade ein bisschen am Boden zerstört. Na gut, das war es für diese kleine Info. Sorry, sorry, sorry und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao und macht's gut.